Musik Wow, da drehen sich Ketten eigentlich immer. Guten Morgen Leute, hi, schön, dass ihr da seid. Ja, die liebe Mary H. hat mir heute einen Kommentar hinterlassen und mich gefragt, was wir Flugbegleiter eigentlich mit den Passagieren machen, die Flugangst haben oder wie wir ihnen helfen können. Und es hat mich auf die Idee gebracht, ein Video über Flugangst zu machen. So, liebe Mary, ich hoffe, dass meine Tipps dir helfen können und auch euch allen anderen, die vielleicht unter Flugangst leiden. Zuallererst mal ist es super wichtig, dass ihr versucht, den Stress vorm Flug weitestgehend zu vermeiden. Das heißt, packt am Abend vorher schon alles und legt euch wirklich alles zurecht. Das mache ich selbst auch immer so. Gerade wenn man nachts aufstehen muss und es früh losgeht, lege ich mir echt immer alles direkt hin, dass ich einfach nur noch die Sachen schnappen muss und los kann. Deswegen versucht wirklich auch frühzeitig loszufahren, um jeden Stress zu vermeiden. Weil wenn ihr dann auch im Stau steht oder irgendwas nicht so funktioniert oder ihr das Gate nicht gleich findet oder den Check-in nicht findet oder wie auch immer, dann löst das ja auch wieder Stress aus. Und deswegen versucht das einfach weitestgehend zu vermeiden. Fliegen ist stressig, auf jeden Fall. Ich finde es selbst auch immer ultra stressig, gerade am Frankfurter Flughafen. Und ich glaube, jeder, der schon mal von Frankfurt geflogen ist, der weiß, was ich meine. Ja, der Stuttgarter Flughafen dagegen ist total süß und schnuckelig und da findet man sich super easy zurecht. Aber in Frankfurt könnte man schon mal die Krise kriegen, vor allem auch bei den weiten Wegen, die man da so gehen muss. Als nächstes kann ich euch den Tipp geben, dass ihr mal in euch reinhört und überlegt, woher diese Flugangst kommt oder was diese Flugangst genau ist. Ist es eher die Angst von einem Absturz oder ist es eher dieses klaustrophobische Gefühl von Oh Gott, Enge und Hilfe, ich bin eingesperrt zwischen all diesen Menschen in dieser metallenen Röhre. Und ja, das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, denn ich fliege ja selbst sehr oft als Passagier und ich muss sagen, ja, es ist eng und gerade mit so vielen Menschen. Ja, man hat da ein bisschen ein Gefühl der Beengung und ich leide jetzt nicht unter Platzangst. Aber wenn ihr unter Platzangst leidet, dann kann das auch der Auslöser für Flugangst sein. Wenn ihr jetzt aber wirklich Angst vor einem Absturz habt und euch vor dem Abflug schon Gedanken macht, wie was wäre wenn, oh Gott, was, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert. Stopp. Zuallererst haut mal auf damit, denn ihr macht euch damit selbst verrückt. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber versucht wirklich nicht diese Wenn-Dann-Gedanken zu haben und euch nicht so da reinzusteigern, soweit es geht. Ich habe hier gerade mal einen Artikel rausgesucht. Die Seite heißt flugzeugabsturz.de und hier erzählen sie ein bisschen was über die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes. Und ich dachte, ich ziehe da jetzt mal einen Teil raus. Aufs Jahr gerechnet gibt es circa 550 Millionen Flüge. Pro Jahr stürzen circa vier Flugzeuge ab. Nicht zu vergessen, da sind auch Kleinflugzeuge dabei und Privatflugzeuge. Die Wahrscheinlichkeit, selbst mit einem Flugzeug abzustürzen, liegt bei circa, oh Gott, wie viele Nullen sind das? 0,000000007%. Berechnet man diese Wahrscheinlichkeit auf geleistete Flugstunden, hieße das, dass etwa alle 590.000 Flugstunden ein Flugzeug vom Himmel fällt. Und hier steht auch, wenn man das auf Lebensjahre umrechnet, müsste man 67 Jahre am Stück fliegen, um betroffen zu sein. Bei einem Schiffsunglück sind es nur 13 Menschenjahre. Vielleicht hilft euch auch ein bisschen, sich das einfach bewusst zu machen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist. Klar, das sind nur Zahlen und das Problem ist einfach, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann sind gleich so viele Menschen weg. Aber trotzdem ist es einfach wirklich selten. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, beschäftigt euch mit dem Fliegen. Vielleicht schaut ihr euch mal Dokus an oder Reportagen über Flugzeuge und darüber, wie Fliegen funktioniert. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man mehr weiß, man weniger Angst hat. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass alles in einem Flugzeug doppelt, dreifach, vierfach vorhanden ist und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ausfällt, so super gering ist, dann nimmt euch das vielleicht auch ein bisschen die Angst. Ihr müsst wissen, ein Flugzeug ist so konzipiert, dass wirklich alles ausfallen kann und es von allem noch ein zweites gibt. Und selbst wenn zum Beispiel beide Triebwerke ausfallen sollten, ist das Flugzeug in der Lage, im Segelflug zu landen. Das hat man unter anderem beim Hudson River Unglück gesehen. Oftmals kommt diese Flugangst, wenn man im Flugzeug sitzt und diese ganzen Geräusche hört. Man hört hydraulische Geräusche, man hört Brummen, dann rumpelt es ein bisschen, es rattert. Und klar, ich fliege so oft, dass für mich diese Geräusche komplett untergehen. Also ich höre es schon gar nicht mehr wirklich. Wenn ich aber als Passagier fliege und wirklich selbst da drin sitze, dann fällt mir das auch auf, wie laut so ein Flieger ist und was da eigentlich alles passiert. Und man hört die Klappen ausfahren, man hört dies, man hört das, man hört das Fahrwerk ausfahren. Und falls ihr schon mal mit einem A380 geflogen seid und ein bisschen weiter hinten gesessen habt, dann saßt ihr womöglich auch schon mal über dem Fahrwerk. Und ich kann euch sagen, oh Gott, ich habe noch nie so etwas Lautes in einem Flugzeug erlebt, außer vielleicht die Triebwerke von der 777. Aber wenn das Fahrwerk von einem A380 ausfährt, dann rumpelt das ganze Flugzeug unter einem und man könnte wirklich denken, da fällt was ab. Aber es ist nicht so. Und wenn man aber weiß, ah, das ist nur das Fahrwerk und das Fahrwerk brauchen wir, um zu landen, weil sonst wäre blöd, ne? Dann nimmt das vielleicht auch ein bisschen die Angst. Klar, im ersten Moment denkt man, das fällt hier gleich was ab, aber man weiß ja dann, wofür das ist. So, jetzt aber genug von den technischen Sachen. Wichtig ist auch noch der richtige Sitzplatz. Zum einen ist es hinten sicherer als vorne, das ist statistisch bewiesen. Allerdings wackelt es hinten mehr. Ihr müsst euch also überlegen, geht es euch wirklich darum, schnell rauszukommen und ist die Angst wirklich die Angst vor diesem Sterben und vor dem Absturz? Oder ist es eher die Angst, dass es wackelt, dass es unangenehm ist und so weiter. Und deswegen kann ich euch sagen, hinten wackelt es viel, 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 viel mehr als vorne. Ich hatte schon Flüge, da hat es hinten so gewackelt, dass wir keinen Service machen konnten. Und die Pörserette vorne hat überhaupt nichts mitbekommen davon. Allerdings ist es eben, wie gesagt, bewiesen, dass es hinten sicherer ist. Und außerdem sitzt ihr dann auch direkt am Notausgang und kommt schneller raus. Falls ihr ein bisschen unter dieser Platzangst leidet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, euch einen Gang zu setzen. Erstens kommt ihr auch da schneller raus. Und zweitens habt ihr dann einfach ein bisschen mehr Platz und ihr habt den Gang dazwischen. Also ihr könnt auch z.B. nochmal aufstehen, auf die Toilette gehen, euch ein bisschen Luft machen quasi und sitzt nicht so beengt am Fenster. Dann würde es vielleicht auch noch helfen, wenn ihr euch ablenkt. Das heißt, nehmt euch ein spannendes Buch mit, schaut einen spannenden Film oder hört gute Musik. Das kann auch wirklich helfen. Und natürlich hilft es auch, euch ein paar Entspannungstricks zuzulegen. Z.B. tiefes Einatmen. Und ja, man sollte es nicht glauben, aber Einatmen löst ganz schön viel aus und hilft ganz schön viel. Also ich finde, selbst wenn man irgendwie total aufgeregt ist und dann einfach tief einatmet, das hilft. Ja, probiert es mal aus. Und zusätzlich zum Atmen ist auch die richtige Körperhaltung wichtig. Setzt euch am besten aufrecht hin und stellt die Füße fest auf den Boden auf. Das gibt euch eine Erdung und dieses Gefühl wirkt sich auch auf euch aus und beruhigt euch. Wichtig ist auch, dass ihr vor dem Flug auf jeden Fall was esst und trinkt. Es muss nicht wahnsinnig viel sein, aber einfach ein bisschen was, um dieses flaue Gefühl im Magen zu beruhigen. Ihr habt sicher auch schon erlebt, dass ihr früh aufsteht und gerade früh morgens, und viele Flüge gehen ja früh morgens, hat man dieses flaue Gefühl im Magen. Vielleicht habt ihr noch gar keinen Hunger, aber ihr fühlt euch so gribbelig. Und ja, ein bisschen was zu essen beruhigt es auf jeden Fall. Und das nimmt euch auch ein bisschen die Angst. Wenn diese ganzen Entspannungstipps nichts helfen, dann bieten Airlines auch Trainings an. Seminare gegen Flugangst. Ich glaube, Lufthansa macht das und Air Berlin auch. Und da könnt ihr euch auch mal informieren. Die machen das mehrmals im Jahr und vielleicht hilft euch auch sowas. Und jetzt habe ich noch für euch einen absoluten Top-Tipp und ein absolutes No-Go. Top-Tipp. Teilt der Flugbegleiterin und dem Flugbegleiter mit, dass ihr Flugangst habt. Und er fragt dann auch Geräusche. Wenn ihr irgendwas hört oder irgendwas seht, was euch komisch vorkommt, dann fragt. Es ist überhaupt nichts dabei. Ich wurde selbst schon so, so oft gefragt, was ist dieses Geräusch gewesen, was war dieses Geräusch. Okay, manchmal habe ich selbst gar nicht gewusst, wovon sie gesprochen haben, weil wie gesagt, während ich arbeite, höre ich diese ganzen Geräusche nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Fahrwerk ausfährt, das ist richtig laut und es rumpelt dann eben auch so, dann fragt, was war das jetzt? Ein guter Indikator ist auch eben immer, auf die Flugbegleiter zu achten. Wenn die nicht in Panik verfallen, ist eigentlich alles okay. Ja, das ist so ein alter Leitspruch irgendwie, aber solange die Flugbegleiterinnen noch lachen, braucht ihr keine Angst zu haben. Und das absolute No-Go für mich selbst, auch wenn ich ganz, ganz oft sehe, dass das als Entspannungstipp und als Tipp gegen Flugangst gehandelt wird, Beruhigungsmittel. Klar, ihr könnt sowas wie Baldriger nehmen, was euch ein bisschen runterbringt, aber passt wirklich auf, dass ihr nichts Hartes zu euch nehmt und nichts, was euch völlig ausnockt. Ihr habt gesehen, was bei Emeralds passiert ist. Das heißt, ihr müsst im Falle eines Notfalls fit sein. Ihr müsst fit sein, ihr müsst den Ausgang finden, ihr müsst schnell handeln, schnell reagieren. Und deswegen finde ich es so schwierig, wenn Leute sich wirklich Beruhigungstabletten einwerfen. Und ich finde es noch schwieriger, dass andere Menschen diesen Tipp weitergeben, weil ich finde das absolut gefährlich und noch schlimmer wird, wenn ihr dazu noch Alkohol trinkt. Und deswegen solltet ihr auch im Flugzeug nicht so viel Alkohol trinken, auch wenn man denkt, das beruhigt ein bisschen die Nerven. Wenn ihr dann völlig benebelt seid und es passiert was, kommt ihr eventuell nicht raus. Ich finde es nichts wichtiger, als bei Glarum verstanden zu sein und fit zu sein in diesem Fall. Und deswegen versucht es wirklich ohne Beruhigungsmittel. Ich glaube, ein bisschen Baldrigeren ist okay, aber alles andere, was darüber hinausgeht, würde ich euch nicht empfehlen. Denn dann macht wirklich lieber ein Seminar bei irgendeiner Airline und schaut, dass ihr die Flugangst so bekämpfen könnt. Und um auf die Frage von dir, Mary, noch abschließend zu kommen. Ich hatte auch einige Male Passagiere an Bord, die unter Flugangst gelitten haben, die mich dann aber auch direkt zu Beginn des Fluges angesprochen haben, was ich super fand. Und mir gesagt haben, sie leiden unter Flugangst. Und während des Fluges bin ich natürlich immer wieder hin und habe gefragt, ob es ihnen gut geht, ob man irgendwas für sie tun kann. Ja, sie einfach auch ein bisschen beruhigt. Und vielleicht hilft euch das eben auch, wenn ihr die Flugbegleiter ein bisschen mit ins Boot holt. Einfach für die mentale Beruhigung so ein bisschen. Und ja, ich wurde dann auch eben oft gefragt, was dieses Geräusch ist oder was das ist. Und dann beantwortet man eben die Fragen und geht auf die Passagiere ein und kümmert sich ein bisschen. Gut, ich hatte mal eine Passagierin, die meinte, sie hat so starke Flugangst, dass sie unbedingt im Cockpit mitfliegen wollte. Äh, nee. Ist nicht drin. Nö. Also während des Fluges darf niemand ohne Genehmigung ins Cockpit und niemand außer der Crew natürlich. Und ich denke, ihr wisst, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, warum im Cockpit mitfliegen gegen Flugangst helfen sollte, weil falls ihr schon mal das Glück hattet, im Cockpit mitfliegen zu dürfen, ähm, ich finde es ehrlich gesagt beängstigender als hinten zu sitzen. Ich persönlich. Denn ich bin absolut kein Fan davon zu sehen, wie die Landebahn immer näher kommt und näher kommt und näher kommt. Nee, mag ich nicht. Deswegen konnte ich auch niemals Pilot werden. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe sehr, dass meine Tipps euch vielleicht ein bisschen geholfen haben. Ähm, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr selbst unter Flugangst leidet und ob meine Tipps vielleicht ein bisschen was für euch sind. Vielleicht habt ihr auch noch eigene Tipps, die ihr mit in die Kommentare schreiben könnt, um anderen wieder zu helfen. Das fände ich super. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.